Oh Gunschacht, voll ist es? Hä? Bei mir ist es immer noch. Bei mir wird es falsch angezeigt. Wie krass ist das denn? Ich habe einen Bug. Bucky-Bug. Bisher ist es jetzt fertig. So und jetzt haben wir da unsere Fangemeinschaft. Ja. Das ist unsere Fangemeinschaft. Ich gehe aber einfach baden. Ach, schön. Die kommen vom Amt, das ist wegen der Baugenehmigung, weißt du? Ja, die Bauschutz-Bauverordnung. Ob wir hier so die Genehmigung haben, Bäume zu fällen. So. Woha. Greift mich an, ich gebe euch was. Ja, was du in der Nähe? Ja, das war's. Ja, du bist da. Ja, du bist da. Ja, du bist da. Funktioniert nicht immer gut, ne? Ja, die konservieren. Der darf euch nur nicht hitten. Er wird auch. Wahrscheinlich wollen die nur, dass ihr die Bäume wieder nachpflanzt. Das kann sein, genau. Geh weg hier. Ich nehm. Waaaah! Hm? Mhm. Wuhu! Ne, noch. Und dann halt ich hier auch. Ich treib' dir. Ich hab keine Doppel. Boah, du kannst doch den nächsten 3. Naja... Kann man sich's nicht hochhangeln? Ja, ich glaube, wir haben heute zu. Einfach. Haben jetzt Pech gehabt. Kann ich verhören. Ich hab die Räume wieder hoch. Ich geh die Räume wieder hoch. Ich hab die Räume wieder hoch. Ich hab die Räume noch. Ich hab die Räume wieder. Guck mal, ich piek's und piek's und piek's. Ist auch nicht normal. Oh, was ist, Kollege? Der Escher. Der Link ist der Escher oder der Link ist der K. Escher. Boah die haben ja fast die ganze Rüstung abgeschlagen, ich glaub nackt. Also so kann ich nicht zum Endboss. Wo kommen die denn alle her? Boah was brauchen die aber auch viel? Alter. So ich nehm die Baumstämme. Ja. Da kommt die nächsten Karl-Heinzer. Drei. Na ja komm lass uns rennen oder? Ja. Ist ja lustig. So ich kann nicht mehr. Ach du Scheiße da kommen schon wieder die nächsten. Au. Mensch ich hab doch kaum mehr Energie. Ach du Scheiße. Das war 5. Fünf auf einen Streich. So. Boah. Na komm nimm's dir. Boah cool. Und den noch. Und den noch. Nur noch drei Hasen. Boah. Wie lustig das jetzt aussieht. Ist es total wohnlich geworden oder geil? Oh je. Oh krass. Und da unten laufen sie. Ja. Sehr gut. Jetzt brauchen wir nur Stöcke. Stöcke Rehfell. Stöcke Rehfell. Sind sie aus meinen zu möchten? Ach so. Oh ja. Du hast dich gleich geschlossen oder was? Ja. Schau mich. Einen ist stark. So, jetzt bitte noch mal ohne Mutanten. Danke. Voll geflogen, gell? Mhm. Freie Bahn, Maxi Bahn, Platz da, weiter dort. Yeah! Ähhhhh, Deeeiiiich! Nein, warum muss eine, noch ne, eine Wand hinbauen? Uh. So Bambilein, wo bist du denn? Oh nein. Das ist Bambi. Bambi, du kannst nicht mehr tragen Fleisch? Ja, warte, ich komm. Nee, ich seh nichts mehr auf dem Boden liegen. Guck mal. Wie spürst du der Kopf von Bambi? Ja, du spürst der Kopf, gell? Ja, misteriös. Warte, kann ich es nicht nehmen. Keine Trophäe. Dann müssen wir sie gleich anbringen, die Trophäe sind. Ja, macht sie doch. Warte. Komm mit. Geh mal schnell nach Hause. Da, da. Der Cap-Bomb ist voll leer gefliegt, ey. So krass. Na, musst du auch mal sein. Wo wollen wir die hin machen? Hier? Hast du doch schon. Ach, ich bin ja bekloppt. Bambi, hier hinten nicht mehrere Wagen stehen? Ja. Nur wo, gell? Hier sind Baumstämme drin. Und weitere Wagen sehe ich. Zwei stehen noch bei uns drin. Drei. Oder drei. Sehr gut, ja, drei. Da hier ist doch... Ich nehme hier mal einen Wagen für Stöcke, ne? Ja. Aber wir brauchen noch so viele, ne? Da kannst du ja eh nennen. Da muss ein Bambi. Wieso? Stöcke. Habe ich schon mal einen Bambi. Nee. Stöcke. Ich bin gleich hin. Verstehe ich den Spaß. Guck mal, wenn ich noch Pillen habe. Stöcke. War so ne Rot. Ach, nee. Nee, nee. Ich bin mal mit meinem Haus hier. Stöcke. Kann ich ihn wieder anziehen. Kann ich ihn wieder anziehen. Ah. Oh. 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 Nö. Kommt ihr mal bitte. Ja? Ja, genau. Ja, weil ich kann kein Fleisch mehr nehmen. Hast du schon wieder einen Bambi? Ja, Rainier hat mir noch mit geholfen. Wo ist denn das? Da. Hä? Wunder. Der. war. So. Jetzt Stöcke. Ein Waschbär! Was? Wie? Wo? In der Falle! Na, ist doch gut! Nein! Siehst du, die habe ich gerade eben aktiviert. So lange suchen wir nach Waschbären. Und jetzt ist er in der Falle gewesen. Ja, mega! Genau, jetzt haben wir die Trophäe. Ein Waschbär! Und wir suchen das für immer. Ja, ja. Klopp. Ich habe es immer gesagt, dass es hier waschbären gibt. Ja, ja! Ja, ja! Oh, kommt schon! Oh nein! Ich glaube, der Wagen ist voll. Ja! Ich glaube, der Wagen ist voll. Nein! Nein! Zack! Oh! Na, wollen wir... Kannst du noch? Machen wir Feierabend. Stöcke! Alles oben, ne? Essen! Hier! So! So! So, ich gebe mal mein Zimmerchen. Beihauen! Wie viele Stöcke kann man nehmen? 20, gell? 20, mhm! 20 Stück! Ach, hier ist fertig, okay! Mhm! Hier noch? Ich habe alle... Au! Atsch! Was? Was nun? Da! Oh, krass! Krass, das reicht gar nicht! Wow! Hätte ich jetzt nicht gedacht! Okay! Okay! Ja, ja! Dann ist das so! So! Flup! Ja, pfeift's! Flup! Ach, hier oben sind auch noch Stöcke! Ja, okay! Allright! Wie ist denn die Zimmereinteilung? Sehr schön! Nein, ich meine... Wer schläft nicht? Die Zimmereinteilung ist auch schön! Bei mir ist es wurscht! Könnte man nicht einen anderen Schilder machen! Nee, leider nicht! Nee, leider nicht! Hier ist halt das Wachzimmer, ne? Also Wachtturmzimmer! Ja, ja! Hier ist das Waldzimmer und hier ist das Meerzimmer mit Meerblick! Ja! Darum... Achso, warte mal! Wollte ich mir noch einen kleinen Blumenkopf zu holen? Was gibt ein Blumenkasten? Ach! Bisschen was zu holen! Ich bin im Wachzimmer! Im Wachzimmer? Ich brauche kein Meer, ich brauche Wald! Ich muss beobachten die Lage! Wie sie an uns vorbeirennen! Aha! Das ist super rasierklinge! Genau! Ich luere gerne! Mach mal ein Foto! Ich will noch mal gucken wie das aussieht! Was brauchst du du? Na sitz ich! Du stehst! Echt? Nö! Ich sitze! Kannst du auch schon mal? Du stehst! Nein, ich sitze! Du sitzt! Warte! Warte! Ich mach! Du standest aber gerade auf deinem Blumenkopf! Ja, du sitzt im Minirock! Hier! Oh, wie geil! Ja, es ist jetzt beide! Ja, es ist jetzt beide! Lass ich mal hin, Zockerfrau! Du willst ein bestes Bild mit Rock sehen? Hahaha! Nein! Hallo! Na, wenn denn müssen alle drei auf unseren Fotografenstuhl! Ja! Sehr, sehr cool! Cool! So! So! Bauen! Sehr schön! Baue ich das nächste Mal! Speichern! Äh! 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 Oh ne! Hotel! Wer war? Feierab machen! Ähm! Noch einen hilbrigen Schlott! Genau! Gespeichert! Wollen wir uns kurz sammeln? Achso! Ja, immer Treffpunkt im Wachttorn! Genau! Treffpunkt im Wachttorn! Ja! Erstmal die Lagebeile! Naja, man! Den kannst du schön rausgucken! Das ist wie so ein Küchenfenster! Hahaha! Ja! Ja! Ah, die andere Stühle, das machen wir alles! Ja! So! Oh nein! Hallöchen! Äh! Aber leider zu spät, wir gehen jetzt, ja! in die Ruhepause und sind morgen denn wieder live! Richtig! Also Altmark Gaming! Ich auch! Ich hab wieder einen Raft-Multiplayer-Stream mit Frank und Anja in Schwer! Das machen wir wieder morgen! Vielen Dank! Es wird wahrscheinlich wieder sehr spät! Achso! Wir fahren morgen Bus! Ja, Mann! Wir fahren morgen Bus! Sehr cool! Altmark Gaming fährt morgen Bus! Ich kauf mir ein Ticket und fahr mit! Ihr müsst mich abholen! Ja! Natürlich! Äh! Kein Problem! Sehr cool! Kein Problem! Kriegst doch VIP-Status hinten im Bus! Also... Ja, Mann! Wie die Jugend holen! Was? Wie die Jugend kriegst du ins Bank vom Bus! Genau! Genau! Und dann hinten noch hier... Damals haben wir einen Walk-Band genommen mit Musik und jetzt kriegst du hier so eine kleine Bassrolle! Pfff! Was wolltest du machen? Früher hattest du eine Starlogist! Fast ein Wochenende noch! Ja! Und... Damals! Waren noch Zeiten! Ja, damals waren noch Zeiten! ��h2000-Kmarsch! Siehst du Sandras... Hab ich auch noch nicht gepeilt! Grüß dich Sandra... Jonge Jonge! So, also vielen lieben Dank fürs Zuschauen! Und bis zum nächsten Mal! Oh! Genau! Dann sagen wir alle drei... Tschüüüüüüüss! Bis nächste Woche Dienstag bei Sophoruss! geta... Tschüss! Tschüss.